Wenn ich in Deutschland bin und mich im Allgäu rumtreibe, ist ganz klar, dass ich natürlich auch Leutkirch und Isni besuche. In Leutkirch natürlich wegen seinem großen Flugplatz, mitten im Allgäu nach Memmingen, der größte Flugplatz in der Bundesrepublik Deutschland. Der Flugplatz ist ein kleiner Verein, aber er ist heimelig. Ich fühle mich wohl hier und das Kaffee ist nett und die Besitzerin oder die Pächterin natürlich auch. Deshalb habe ich einen Kaffee getrunken und werde nachher mit einem Freund einen kleinen Rundflug machen. Das Fliegen in Leutkirch ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Nicht vom Können her, sondern von den Starterlaubnissen her. Denn die Landwirte sind gegen die Flieger hier und ab und zu passiert es eben, dass die Rollbahn von Traktorfahrern blockiert wird. Ob es heute so ist, werden wir gleich erleben. Wir rollen nun mal los und wir sehen auch schon, dass der erste Landwirt zum Traktor flitzt und die Landebahn jetzt auch in wenigen Sekunden blockieren wird. Und genau so kam es. Wir mussten fast zwei Stunden betteln, dass wir wieder starten durften. Der Kampf um die Starterlaubnis über ein kleines Grundstück eines Landwirtes aus Gerlatshofen hat es in sich. Denn immer wieder gibt es natürlich Staus und viele Flugzeuge hinter uns müssen dann auch noch warten. Wir hatten Glück, der Traktor ist nach gutem Zureden samt Landwirt wieder verschwunden und wir konnten mit einer Stunde und 20 Minuten wieder durchstarten.